Lass mich rein.... ford seh zu dass die Ablings Mobline bleibt Bist du ein Mädchen? Ja! Die Rebellen kontrollieren die Assignation! Wir werden die D-Affizieren! Scheint immer! Ich weiß nicht! Oh, da kommt er! Geht's wegen! Oh mein, Junge! Oh, da kommt er! Ja, Doppelkill, Mann! Das hab ich nicht mit gerechnet, oder? Das sind die Anlage von oben, woher kommt wieder. Ui, jetzt haben sie mich erwischt. Der wird spielen in ATS, die jetzt nicht mehr. Ich will auch so einen haben. Was ist das eigentlich, was zählt? Was ist das eigentlich, was zählt? Was ist los? Was ist los? Da hinten ganz? Toll! Ja, Laser, ne? Unglaublich Laser! Was? Was? Jetzt schon? So. Was? Ja! Mit ihm sind wir unbesiegbar! Was? Oh! 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 Der Ablink. Eins, einer, aber offline schon mal gut, ich weiß nicht. But we must shut down, der Ablink. Obligation, der Ablink. Irgendwie da einer in so'n grünen Turm drin, in so'n Cannon-Laser-Dingsrums. Turbo-Laser, nennt ihr das auch? Sack. Schon wieder erwischt, Alter. Mit was erwischen die mich die ganze Zeit? Oh, die Schieter hier, ey. Der Schmuggler, Han Solo, der ist in eurem Quadrant. Oh, hier habe ich jemanden gerade bestanden. Oh, Nathie, der ist hier, da bin ich rein. Nein, Mann, das gibt's nicht. Oh, wie ich es und dreck hasse, ey. verdammt er ist gegen einen Annäherungsbau-Knall-Bum-Bang reingefallen oh scheiße die verschädigten Schilde sind fast repariert lasst nicht zu, dass die Rebellen die Oberhand gewinnen Rebellen nur raus endlich kann Solo für seine Verbrechen bezahlen oh ich war doch gerade an den Schilds wer beschießt mich hier schon wieder? da ist ne ATS hier bei dir hast du sie? ja Gott sei Dank sauber boah das hat lange gedauert ey so jetzt muss ich mich auch richtig abholen hier oder sterben naja spiel ein bisschen defensiv mit den Dingen wo beschießen sie mich? die Ablinkstation aktiviert die Ablinkstation aktiviert die Ablinkstation aktiviert dann die Ablinkstation aktiviert die Ablinkstation für dieạtage Na ja, hab ein paar Clips gemacht ey, bin direkt zur Front gelatscht, es ist besser einfach Angriff rein und fertig, abschießen alles was man noch hat und dann ist gut. Was ist denn da? Das kann ich angen. Haltet diese Uplink-Station. Die Bomber der Rebellen benutzen sie, um eure Position anzufeilen. Die Rebellen haben die Uplink-Station aktiviert, wir müssen sie abschalten. Das beschießt mich hier, verdammt. Scheiß Flieger, ey. Mehr. Sack. Ein Bomber der Rebellen visiert unseren Kampfläufer an. Uh oh. Können sie noch nicht aus, da kann das sein? Ne, kriegen wir auch nicht. Aber ordentlich auf den Sack, wir kriegen gleich bei der nächsten Runde. Die Bomber der Rebellen hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Nein. Jetzt habe ich meinen AT-AT-Links hingekriegt. Oh, nö. Scheiße. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Boah, wie fliegen die denn, ey? Oh, nö. Oh, nö. Ich spiele da einfach holen, ich bin nicht weg. Boah. Ja, wir kriegen eine Radiant auf den Sack, wenn die Y-Wings kommen gleich. Ja, sehe ich auch so. Komm jetzt. Wir machen auch so Geräusche wie ein sterbender Elefant, ne? Ja. Ja. Well, that I know. Der Kampfläufer wird zu stark beschädigt. Verteidigt ihn und drängt die Rebellen zurück. Fuck, man. Der AT muss noch eine Weile beschützt werden. Ach, was? Der eine ist gleich kaputt Was? Hat er einen noch durchgehalten oder was? A-C-A-S-T-Support Geh einfach in die Frauen und schießt einfach durch die Gegend Wenn du probierst von hinten zu ballern, bringt ihr nichts Die Gegend alle von dir ab Boah, da haben wir auch schon Vor allem haben wir ja auch ab links da immer rumballern ordentlich Es sind immer noch beide hier rum, ich verstehe nicht Aufschluss bei der Vernichtung der Rebellen hält Ich greife die ganze Zeit einen Flieger an Ja, ach was? Wo ist der Sack jetzt, ne? Da Ah, kann ich's machen, der Flieger ist nur auf mich an, dass es gewesen kann Ja Hab ich gesehen Ja Der Putscher Rebellenbomber hat unseren AT-AT erfordert Morbital an Kündigung, in Deckung Hoah Unsere Informanten haben in der Nähe eurer Position Leia Organa geordnet Leia noch mehr Eröffnet das Feuer, sobald ihr die Prinzessin wählt Wie könnt ihr dich eigentlich so lange darin leben lassen, ey? Das check ich nicht Die kriegen uns halt zu spät mit, damit sind die schon tot Wie die da unten jetzt wieder Ha, ich hab nen Flieger abgeschossen, alter Noop Ist so langsam reingeflogen hier Oh, jetzt geht der jetzt kaputt Äh Egal, sonst muss ich was für mich bleiben Doch nicht Verdammt Schade, aber war gut da drinnen Ein Y-Wing hat unseren Kampfläufer als Ziel erfasst Hm Dieser Kopfgeldjäger ist hier Wo war Fett? Er arbeitet für euch Laut unserer Scanner haben die Rebellen eine Ablechstation Auf den hinten Leia, alter Leia, alter Wir kriegen gleich ganz viele Ablängs Ja, müssen wir langsam wieder einnehmen da Dann kommen wir gleich mal hin da Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst Alter, von wo werde ich schon wieder erschossen? Wie sitzt denn der auf unserer Seite? Oh, sonst kann ich ja auch nicht ab, ne? So schon von hinten hin abschießen lassen, ey Okay Das reicht locker um unseren Walker kaputt zu machen Ja Das war nochmal eins Ey, das kennt die nicht an diese Was ist der AT-AT im Stamm beschädigt? Was ist der AT-AT im Stamm beschädigt? Was ist der AT-AT im Stamm beschädigt? Was ist der AT-AT im Stamm? 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 Ja, Mann! Wir haben gesiegt Boots What a fight! Ja Ich habe auch gut Punkte gemacht, weil ich die ganze Zeit in den Geschützen stand Ich habe keine Ahnung, wie man da drinnen sitzt oder steht Was ist der AT-AT im Stamm Was ist der AT-AT im Stamm Geil